Das passt sehr gut zusammen, weil Trickfilm übernimmt ja auch viele Gedanken, Geschichten, Fames, die es im Leben gibt. Und Europa gehört natürlich dazu. Und ich finde es sogar sehr gut, dass dieses Jahr im Trickfilm auch Europa so eine große Rolle spielt, weil über Europa gibt es sehr vieles zu sagen, sehr viel zu berichten, sehr viel zu kritisieren, aber auch sehr viel zu loben. Trickfilm bringt ja auch ganz unterschiedliche Genres zusammen. Und das sind ja ganz unterschiedliche Kulturen und Traditionen. Und das ist in Europa doch genauso. Wir haben 28 Kulturen, Traditionen, die wir zusammenbringen. Und im Trickfilm wird ja alles Mögliche zusammengebracht. Und das ist eben genau das, was auch das Neue bringt. Etwas Innovatives. Und das ist Europa, das ist Trickfilm. Also passt es zusammen.